Wenn man den Staat Israel auf einer Weltkarte betrachtet, dann liegt dieser am östlichen Rand des Mittelmeeres, neben Ägypten, Jordanien, Syrien, Palästina und dem Libanon. Obwohl dieses Land geografisch und auch geschichtlich gesehen ganz klar zum asiatischen Kontinent gehört, ist Israel seit 1991 Mitglied in der Europäischen Fußballunion und darf sowohl bei einer WM-Quali als auch bei einer EM-Quali teilnehmen. Und da fragen sich viele zu Recht, warum spielt Israel in Europa und nicht in Asien? Um diese Frage zu klären, springen wir ins Jahr 1948. Mit der Staatsgründung Israel 1949 wurde im selben Jahr der israelische Fußballverband, kurz IFA, gegründet und in die FIFA aufgenommen. Das erste offizielle Länderspiel nach der Staatsgründung absolvierte man am 26. September 1948. In diesem Spiel trat die nationale Fußballauswahl Israels gegen die Vereinigten Staaten von Amerika an, gegen die man aber 1 zu 3 verlor. Acht Jahre später wurde der nationale Fußballverband von Israel 1956 vollwertiges Mitglied in der AFC, der asiatischen Fußballkonföderation. Jedoch stoßt dort die Nationalmannschaft von Israel eher auf Abneigung als Zuneigung. Bei der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 1958 traten nacheinander die Türkei, Indonesien, Ägypten und der Sudan nicht gegen Israel an. Israel gewann die Gruppe, ohne ein Spiel überhaupt bestritten zu haben. Da die FIFA kein Land ohne Qualifikationsspiel zulassen wollte, wurde Wales als Gruppenzweiter als Gegner zugelost. Dieses Israel allerdings zweimal mit 0 zu 2 verlor und Wales hat sich somit das erste Mal für eine WM qualifiziert. In den 1960er Jahren legte sich langsam der in Anführungszeichen Israel-Held und das Land gewann 1964 als Gastgeber die asiatische Meisterschaft und 1967, 1968 und 1971 gewann zwei verschiedene israelische Klubs, dreimal die asiatische Champions League. Man qualifizierte sich sogar erstmals für eine Fußball-Weltmeisterschaft, flog aber als letzter mit zwei Punkten raus. Die Fußball-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko war die bisher letzte mit israelischer Beteiligung. Auch wenn man versucht hat, die muslimischen Mannschaften gut wie möglich auszuweichen, damit es nicht zu unnötigen Konflikten kommt, hat die Arabische Liga in Mitte der 1970er Jahre dazu aufgerufen, Israel zu boykottieren. Der Kuwaitische Fußballverband ging sogar so weit, den israelischen Fußballverband aus allen asiatischen Wettbewerben ausschließen zu wollen und stellte einen Antrag auf eine Abstimmung diesbezüglich den asiatischen Kontinentalverband AFC. Kuwaits Antrag auf eine Abstimmung wurde vom AFC genehmigt und auch durchgeführt. 17 Stimmen waren für einen Ausstoß Israels, 13 dagegen und 6 haben sich enthalten. 1974 wurde in Israel offiziell vom asiatischen Fußballverband AFC ausgeschlossen. In frühen 1980er Jahren bestritt Israel die meisten Spiele gegen Mannschaften der UEFA und nahm dazu auch noch an der europäischen Konflikationsphase für die WM 1982 teil. Eigentlich wollte man Israel komplett in den europäischen Kontinentalverband UEFA eingedern, aber dort waren die Ostblockstaaten dagegen. Zwischen 1985 bis 1989 durfte Israel in Ozeanien spielen. Man nahm nie am UFC Cup of Nations teil, dafür aber an der WM-Kollifikation in Ozeanien. Dort übertraf man regelmäßig Neuseeland und Australien, aber scheiterte regelmäßig in den Playoffs. 1991 tun sich langsam der israelische und europäische Fußball zu nähern. Ab diesem Jahr durften israelische Klubs an europäische Klubwettbewerbe teilnehmen und die Fußballauswahl Israels durfte 1992 an der europäischen WM-Kollifikation teilnehmen. 1994 erhielt der israelische Fußballverband die komplette Mitgliedschaft in der UEFA und das Land darf nicht nur an der WM, sondern auch an der EM-Kollifikation teilnehmen. 2000 hat Israel es sogar fast geschafft, sich für eine EM zu qualifizieren, schaute aber in den Playoffs an Dänemark. Ja Leute, tut mir leid, ich war die letzten Wochen krank, deswegen tut mir leid, wenn meine Stimme noch so kacke ist. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, warum Israel in Europa spielt und nicht in Asien. Was ist eure Meinung zum Thema? Ich hoffe, ihr bleibt bitte neutral und sachlich, wenn ihr darüber diskutiert. Israel ist ein bisschen ein sehr emotionales Thema. Wenn ihr noch wissen wollt, was die höchste Niederlage aller Zeiten ist oder was die größten Weltrekorde im Fußball sind, dann klickt hier in der Endcard. Like oder abonnieren nicht vergessen, das war's im Video, bis zum nächsten Mal und ciao!